Ja, hallo, willkommen zurück zu For Honor, diesmal mit einem Anfänger-Helden-Guide für den Wächter oder auch den Warden. Der Wächter ist ein Stoßtrupp mit der Spielschwierigkeit einfach, er ist anpassungsfähig und, ja, gerade heraus. Und was das bedeutet, zeige ich euch jetzt. So, jetzt hier am Bot mit Level 0 mal die ganzen Grundattacken vom Wächter durchgehen. Er hat nicht unbedingt sehr viele Attacken, was halt die Spielschwierigkeit leicht erklärt. Das bedeutet aber nicht, dass der Warden nichts drauf hat. Ich finde, gefühlt ist der Wächter einer der meist unterschätzten Helden in For Honor, weil er kann ziemlich schnell angreifen und hat auch zwischendurch ziemlich gute Kombos. Aber das ist, glaube ich, was für einen späteren Guide. Fangen wir mal an. Wir haben den Stoßtruppangriff, leicht, leicht schwer, leicht, leicht schwer. Da habt ihr den blauen Schweif gesehen, das heißt, die Kombo ist durchgegangen. Wir haben, wir haben die Beschützerattacke. Einfach nur leicht schwer. Dann haben wir Zorn des Wächters, schwer, schwer. Schwer, schwer. Dann die Begrüßungsattacke, Ausfallhieb. Ja, also ihr rennt auf den Gegner zu und drückt dann schwer. Die kommt ziemlich schnell. Also von den Begrüßungsattacken, ich nenne sie immer Begrüßungsattacken, diese, wenn man rennt und dann eine Schwere oder irgendeine Attacke zündet, ist die vom Warden gefühlt die schnellste. So, wir haben den verheerenden Konterschlag. Das kann ich euch gleich zeigen. Das ist eine nette Kombo. Was heißt Kombo? Aber das ist ein netter Angriff, der auch immer wieder überraschend kommt, auch für mich. So, wir haben den Schulterstoß. Den sieht man bestimmt auch mal öfter. Auf den Gegner zu und zack! Ja, nach rechts und zack! Nach links und zack! Und das geht halt, ich glaube, die Attacke ging ziemlich weit. Ja. Damit kann man schon ein paar Meter zum Gegner wettmachen. Und wir haben noch die Schulterstoßabwechslung. Leicht schubsen, leicht. So. Wie das mit einem Bot mit Level 1 aussieht und vor allem der verheerende Konterschlag, das zeige ich euch jetzt. So, hier am Bot mit Level 1 zeige ich euch einmal den verheerenden Konterschlag. Ihr solltet alle mittlerweile hoffentlich wissen, was parieren ist. Also ihr, in dem Moment, wo quasi die Attacke reinkommt vom Gegner, drückt ihr mit einer schweren Attacke quasi dagegen und pariert den Schlag. Zack. Der verheerende Konterschlag allerdings ist das gleiche, nur eben, man drückt den rechten Steuerstick nach vorne, ich weiß nicht, wie es beim Maus und Tastatur ist, und macht dann anstelle einer schweren Attacke, macht man dann eine leichte. Also quasi genauso, wie ihr parieren würdet mit einer schweren Attacke, macht ihr es beim Warden mit einer leichten. Und der zündet dann einen verheerenden Konterschlag. Verdammt. Nein. Ich glaube, das geht auch nur von oben. Ah, da wäre eine von oben gewesen. Zack. Da habt ihr den verheerenden Konterschlag gesehen. Also eine Attacke von oben könnt ihr... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Der ist so furchtbar schnell. Ja, also... Der überrascht so manchen Gegner. Zack. So, und mit diesen Fähigkeiten für den Anfang entlasse ich euch mit dem Wächter in die Schlacht und wünsche euch noch weiterhin viel Spaß. Und viel Erfolg. Lasst ein Like da, wenn euch der Guide gefallen hat. Und ansonsten bis zum nächsten Video.